Ich schicke ihn noch mal ins Wasser rein. Warum? Ja, denn jetzt ist er gerade so schön und ich habe noch ein bisschen drauf. Muss sich doch lohnen. Ein bisschen weiter, dass er schön paddelt. Ich will nicht so tief in die Welle kommen, zieht er nicht weiter rein. Nein, habe ich doch gesagt, nicht so weit. Aber so, dass er ein bisschen wieder das Stöckchen richtig holt. Ja, genau, richtig. Gut. Prima. Gut. Super. Klasse. Wo ist das Stöckchen? Klasse. Supi. Besucher den Wasser. Ach, das geht noch länger. Ich bin ja perfekt mittlerweile im Videofilmen. Wie er jetzt wartet. Klasse. Klasse. Wo ist es? Klasse. Ja gut, schön, warte mal, ich fühle mir auch mal ein bisschen, fühle mal ein bisschen so das Wasser mit ihm hier, dann kann man doch länger, man muss nur noch mal hier vorne drauf drücken, dann geht er wieder an von alleine. So, komm, Mäuseke. Ja. Nuri, komm. 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 Lass ihn mal bären. Komm her, hier, hier, da bist du weit draußen, oder? Ich habe das nicht gesehen, ich habe ihn jetzt hier drauf. So, hier vorne. Ja, ja, genau. Das war jetzt auch genug. Ja, natürlich. Nein, nein, das reicht jetzt auch. Das reicht jetzt auch. Natürlich. Ja, richtig. Ja, das ist doch kein. Ja, komm. Ja, komm. Oder, die kommt. Ja, ja. Ja, wir wollen. Ja, das ist doch kein. Ja, wir wollen es doch nicht. Je muss doch nicht. Nein, resmai. Ja, ich hab' den Armatörfilm gemacht. Ja, ich werde nochmal so ein großes besuchen. Da war richtig Spaß dran.